Zwei erfolglose Einbrecher Niemand da, hast du gesagt. Wer fährt wochenlang mit dem Camper durch die Gegend? Was soll der Scheiß? Das hat der Kerl auf Facebook geschrieben. Hat sogar die geplante Route gepostet. Und wenn die uns erwischen, zertrümmern die nicht nur unsere Kniescheiben. Eine Tragödie, die ihm das Wichtigste nahm, das er besaß. Es tut mir so leid, mein Schatz. Schon gut, Papa. Nicht weinen. Der Grund für ihren Tod liegt in der Vergangenheit. Der Kerl hat deine Tochter umgebracht. Papa, hilf mir. Eine Prophezeiung, die nichts Gutes verheißt. Am Sonntag werden sie ermordet. Du weißt es. Sie hüten ein dunkles Geheimnis, für das sie bald büßen müssen. Ja, verschwinde aus meinem Kopf! Eine unbequeme Wahrheit. Nein, warte! Das war's, Kumpel. Werden die uns jagen, Mike? Wollt ihr beide mich abservieren? Feuerwut von Simon Gerrads Gelesen von Alex Bolter Begreifen Sie Ihr Dilemma, Herr Richter. Und das war's, Kumpel. Das war's, Kumpel. Und das war's, Kumpel. Vielen Dank.